Hey, willkommen zu der Klarude, Happy Meals heute mit dem Level Epic Looping Ja, einfach nach Blackhound und heute sortiert, die meistgespielten Level heute Wer ist der schnellste? Oh, auf Deutsch? Oh Hä, wie heißt das Level? Ah, Ber-Berg Herr Bergmann? Who is the fastest? Show your place Oder es ist ein geklautes Level, das weiß ich nicht Aber das weiß man ja nie bei dem Spiel Hä? Oh, hä? Ach, total einfach Sollte das schwer sein? Ich weiß es nicht Pogo Jump and Kill Ja, dann gehen wir rein Pogo Jump und dann töten, oder was? Ah, okay Oh Oh, das war knapp Das war richtig knapp Komisch schon, komisch schon, komisch schon Oh, nee Nein Oh, Gott Hallo, Timmy Oh, nein, ich nehme es mit Oh, nein, ich kann es verschieben Sehr gut Oh Nein Oh, mit dem Gesicht in die Ich verstehe das nicht Ich meine es wird Auf jeden Fall immer schwieriger Oh, was macht sie denn da? Geil Geil Na toll Oh, ja Töte den alten Mann Greif ihn an damit Alter Ja, okay Damit muss ich leben Ih Sind wir miteinander verbunden? Okay Oh, cool Ich habe jetzt noch einen Poker Stick Ich habe einen zweiten jetzt Kann ich damit laufen Alter, ist er echt wie Ist er echt wie ein Bein What the fuck? Kriege ich das irgendwie raus? Hallo Entweder raus oder noch tiefer rein, bitte Es scheint nicht so angenehm zu sein Ach, du Scheiße Oh Hä Was war das denn? Oh, Gott Ach Ich meine, steckte schon bis zu meinem Hals ungefähr Aber okay Hä Wie behindert bin ich? Okay Letzter Versuch Einfach drüber Sehr Schön Okay Tschüss Oh, ja Ja, ja, ja Sehr gut Sehr, sehr gut Und Ha Oh, Gott schön Oh, Gott schön Nein Nein, 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 nein Scheiße Die ist richtig Tief in mir Ha Nein Oh Das musste doch so enden Aber was Mit der Axt Naja Hätte ich geschafft Ja, ja Habe ich geschafft Ja, ja Robeswing Ist ein tolles Level Oder? Ja Bestimmt Oh Achso Das sieht toll aus Ja Toll Boah, Alter Das Rot tut ja weh Nein Nein Ach Trotzdem Ich hab's geschafft Lass mich Lass mich Lass mich Das kann er nämlich zerfetzen Geh weg Alter Gut, dann töt mich Halt mich an dem Fest Jetzt komm Hallo Alter Komm Ja Ja, ja, ja So geht's Ich kann tricksen Ich kann tricksen Der hat die auf ewig eingestellt, oder? Ja, ich glaube schon Also, ich kenn das so, dass die Oh nein Dann hat die Zeit wieder Obwohl Ausgehen Schaff ich das so? Ja, geil, Alter Wie kann man denn So ein Pech haben? Nein Nicht mit dem Kopf da rein Geh doch da raus Du warst so auf dem richtigen Weg Du warst so auf dem richtigen Weg Ja, genau so Das ist der richtige Weg Immer nach oben Immer weiter nach oben Immer weiter nach oben Er bewegt sich Ja, das klappt Ja, ja, ja Hallo Geht der noch weiter nach oben? Nee Ja So geht's So geht's Komm Rob dich da raus Nicht nur mit dem Arm da rein Ja Nein Alter Das ist so knapp Das ist so eklig Komm Ich will da jetzt raus Ich will das schaffen Ja Okay Ja Ach, da war das Okay Gut Ich hätte es normalerweise geschafft Das war nur ein Grafikfehler Äh 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 Alter, bin ich der beste Der Welt 9,7 Sekunden Ähm 9,7 Sekunden Äh View Replays Äh Äh 7, Was? Meine Zeit war nicht mal so gut Ja, der ist so Hä Ah Wie unfair Ja, was heißt unfair Der hat es einfach in einer besseren Reihenfolge gemacht Okay Kann man das noch toppen? Kann man das noch toppen? Okay Nochmal von vorne War ein bisschen schlecht Das war Boah Gott, war das schlecht, ey Boah What the What the fuck Geil Nochmal von vorne Aber so Zeit Äh Dinger finde ich glaube ich auch mal ganz Alter Auch mal ganz interessant Sag mal, bin ich behindert? Das war schon wieder total dumm Ich konzentriere mich jetzt erstmal auf den da ganz hinten Gut, dann nicht Ich bin richtig still Weil ich mich voll konzentriere So So wird das nie was Und ich reiche gar nichts in meinem Happy Wheels Leben Mann Ey Spontan geht meistens immer besser Nein Ich bin getroffen, wäre das vielleicht sogar ein guter Versuch gewesen Ja Ich glaube die vor einem töten ist glaube ich echt erstmal die Ja, hätte ich den Ich habe gerade beide mit einem Schlag gekriegt Und da stecken die Schwerter fest Wie habe ich denn gerade überhaupt die Frau getroffen so schnell? Das war ja Das war ja magisch Was ich da gemacht habe Ne, treffe ich immer noch nicht Komm Nimm's doch Warum nimmst du's nicht Du Arschloch Was soll das? Ich verstehe das nicht Wahrscheinlich wenn Wenn mehrere Schwerter weg sind Dann geht das relativ einfach Oder? Ne, immer noch nicht Das ist doch immer noch schwer Ah ja, okay, doch So geht's Okay Gut zu wissen Es Wisst ihr Was mich an dem Level aufregt Ist einfach Dass er da nicht richtig drin steckt Das größte Problem ist einfach Dass ich Ja, immer Immer rutsche So richtig eklig Gut, dann nicht Ich höre gleich auf, Leute Keine Angst Hat mich gerade nur der Ehrgeiz gepackt Alter Ja, geil Geil Nun kriege ich die Frau nicht Unfassbar Alter Oh, okay 13 Sekunden Wie gut war der Versuch Bitte am Anfang Ich verstehe es nicht Naja, Matrix Da gehen wir rein Immer das gleiche Jedes Mal, ey So geil Oh Das war einfach Aber die Macht ist ja Auf meiner Seite Ich bin nämlich Yoda Nee Kein Quiz Can you survive? Okay Und Erster Versuch Ich bin der Bette Grandpa Stair Flight Geil Oh Oh ne Oh ja Ich fliege Geil Oh ja Lecker Oh ja Komm Ohist das gefährlich Alter Es ist gefährlich Ist das Ja geil Äh, wie soll ich das denn? Soll ich einfach mal runterrollen? Oh Nee Ich fliege Oh Okay Okay Hä, aber warum erreicht ihr denn da dann kein Sprite Limit oder wie das heißt? Ach du Heilige Ich hab's überlebt. Und ich hab wieder nur meine Beine verloren, die ja sowieso relativ unwichtig sind. Hat er ein bisschen weniger Masse zum Waschen, versteht er? Pogo Fight. It fixed. Welcome to Pogo Fight. Hobo. Annoying Nephew. Nephew? Ist denn das der Name? Can Matthew, aber Nephew? Alter, ich hab schon wieder ein Bein. Geil. Einfach ein drittes Bein. Oh ja, jetzt hab ich... Wie nennt man das denn dann? Oh, ein viertes Bein und jetzt ein fünftes. Geil. Oh. Jetzt hab ich mein erstes Bein verloren. Das ist traurig. Hui. Und. Hui. Nein. Oh, wie ätzend, ey. Nein, ich bin mit ihm zusammengewachsen. Hilf mir. Hilf mir doch, Frau. Hilf. Ja, nimm ihn. Nimm ihn mit auf. Komm schon. Alter. Und ich bin tot. Gut. Eine... Ein Schwert in meinem... Hals, Kopf ist nicht so gut. Komm. Oh, schade. Nein, warum machst du denn sowas? Was ist das für ein abgefucktes Level? Und... Ach. Ja, ich besieg alle. Oh. Er landet immer wieder mit dem Arsch da drin. Was soll das? Hör mal auf damit. Ja, geil. Und mit dem... Oh, Domino. Nee. Schade. Schade, schade. So. Gehen wir einfach mal nochmal hier ganz kurz rein. Spickfall. Ich mag Spicks und ich mag Fall. Ich würde sagen, einfach... sterben. Das war richtig schlecht. Und viel zu viel. Viel zu wenig. Na, viel nicht, aber... Zu wenig. Und zu viel. War aber schon knapp. Oh, das ist immer so... Eine knappe Geschichte. Oh. Aber... Ziel erreicht. Hopps, wel. Da zwei, drei. Ja. Ah. Oh Gott. Hui. Nein. Nochmal von vorn. Einfach fallen lassen. Ja, wie viel Pech kann man denn haben? Wie behindert. Komm. Hä? Okay. Okay. So ist besser. Glaube ich. Ja. Und... Oh. Das war nah. Hä? Wo häng ich? What the fuck? Was war das, den? Oh, toi. Nein. 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 Oh. Oh. Ja. Gott sei Dank. Nein. 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 Fand ich los. Oh ja. Ja. Geil. Geil. Einfach daneben geballert. Dafür kann ich nichts. Ich habe den Schuss nicht abgefeuert. Ich war das nicht. Gut. Und wir runden den Part mit dem Hode Prozettat Trampolin. Level up. Ja. Hä? Hä? Ah. Ach so. Okay. What the fuck? Wie soll man das denn überleben? Hä? Das geht doch gar nicht. Oder doch? Ah. Es kommt davon, in welchem Winkel ich davon getroffen werde. Entweder ich bin direkt tot oder es... Ja. Okay. Das ist auf jeden Fall denkbar dumm. Und, 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 und... Oh. Das hättest du mir noch gönnen können, Spiel. Geil. Ich darf... Ich muss einfach so hoch wie möglich treffen. Ne. Die Worte ist einfach, dass du so willst. Ah. Sag ich ja. Ja. Komplett unbeschadet. In drei Sekunden. Okay. Da gucken wir jetzt mal rein. 2,3 Sekunden. Ja. Guck ich mir jetzt mal an. Das gucken wir jetzt mal an. Genau. Genau. Oh man. Jetzt hab ich keine Lust mehr zu leben. Naja. Ich würde sagen, das war's mit dem Part. Freut euch schon mal auf den, äh... Auf den heutigen Minicraft Leben Part. Der wiebische Gestor. Bewertet den hier. Und dann sehen wir uns später wieder. Tschüss Leute. Bis dann.